Tesla kann mit der geplanten Erweiterung seines Werkes im brandenburgischen Grünheide beginnen. Das Landesamt für Umwelt in Potsdam erteilte dem E-Autobauer eine vorläufige Baugenehmigung. Die Produktionskapazität der einzigen Tesla-Fabrik in Europa soll dadurch von rund 500.000 Fahrzeugen im Jahr auf etwa eine Million steigen. Geplant sind neben dem Bau einer großen Werkshalle auch Änderungen an den bestehenden Anlagen. Außerdem soll die Kapazität der Batteriespeicherproduktion steigen. Teslas Erweiterungspläne sind bei Anliegern und Umweltschützern jedoch weiterhin heftig umstritten.